Zwei Dinge, die Sie immer brauchen. Vernünftige Markenbatterien zu Hause und vor allem Netzteile bei den ganzen USB-geladenen Geräten. Und genau die möchten wir Ihnen heute hier zum TV-Sonderpreis vorstellen, dass Sie sich eindecken können und vor allem, dass Sie durchatmen können. Ja, richtig. Fangen wir mal bei den Markenbatterien an. Ich glaube, Vata ist eine deutsche Marke, die jeder kennt. Und hier haben wir die sogenannte Long-Life-Batterie. Und zwar in zwei Varianten. Erstmal in Doppel-A und da sehen Sie nochmal, made in Germany, ganz wichtig, und Long-Life. Und da gleich 24 Stück. Und warum heißen die Long-Life? Weil die schon mal eine doppelte Kapazität wie herkömmliche Batterien haben. Doppelte Kapazität. Ja, sage ich jetzt mal ungefähr Pi mal Daumen. Also für die Fachleute, sage ich jetzt mal eine Zahl, die dürfen die anderen gleich wieder vergessen. 2970 mAh in einer 1,5 Volt Doppel-A-Batterie. Und sowas braucht man immer zu Hause. Für Uhren, für Fernbedienungen, für Kerzen, die jetzt vielleicht LED-Betrieb haben. Oder Wagen. Lichterketten. Lichterketten. Denn da gibt es so viele Anwendungen. Und Sie wissen, wie ärgerlich das ist, wenn irgendwo mal eine Batterie leer ist und man hat keine Reserve. Deshalb gleich im Sparpark. 24 Stück. Hier ist die unverbindliche Preisempfehlung. 19,99 Euro. Was ich schon für 24 Hochleistungs-Warta-Batterien günstig finde. Aber wir können diesen Preis natürlich nochmal toppen. weit mit 11,35 Euro und der Bestellnummer für die Doppel-A-Variante der Vata Long-Life Power-Batterien. ZX-2667-569. Da bekommen Sie hier ordentlich Nachschub. Sie können natürlich gerne auch die Doppel-A-Variante gleich doppelt in den Warenkorb legen. Wichtig ist, dass Sie sich ausrüsten und ausstatten. Und Ralf, gerade wenn jetzt natürlich die Winter-Weihnachts-Monate kommen, da soll ja alles leuchten und gut aussehen. Oh, Winter-Weihnachten ist auch ganz, ganz wichtig. Spielzeuge von Kindern. Ja, sind fast alle heutzutage irgendwie elektrisch, also batteriebetrieben. Und stell dir mal das Chaos vor, wenn du hier spielen willst, wenn die Kinder spielen wollen und die Batterien sind leer. Dann passiert das wahrscheinlich auch abends oder am Wochenende. Genauso wichtig sind natürlich auch die Triple-A. Wir stellen die mal eng nebeneinander, dass wir den Unterschied sehen. Also ich sage dir immer, das sind die Großen von den Kleinen und das sind die Kleinen. Ebenfalls natürlich Long-Life. Ja, und ebenfalls. Und das ist was ganz, ganz Wichtiges. Made in Germany. Das ist deutsche, da kann man wirklich schon sagen, deutsche Wertarbeit. Ja, da können wir uns drauf verlassen, dass diese Batterien maximal Power haben. Auch hier 24 Stück von diesen Triple-A-Batterien von der Firma Warta Long-Life. Und hier ebenfalls auch die unverbindliche Preisempfehlung bei 19,99 Euro. Machen wir nicht mit. Ist schon ein super Preis, 19,99 Euro. Aber wir können das natürlich nochmal deutlich unterbieten mit unserem TV-Sonderpreis. Und meine Empfehlung, also Doppel-A und Triple-A-Batterien, die braucht man immer zu Hause. Und wenn man jetzt so einen Warta-Doppel-A, Triple-A-Sparpack bekommen kann, dann holt man sich einfach beide. So sieht es aus. Deshalb für 11,35 Euro gerne auch die Triple-A-Variante bestellen mit der ZX2668569. Das hatten wir zu Beginn nicht nur über Batterien, sondern auch über Netzteile gesprochen, Ralf. Denn so viel kommt mit Ladekabel, aber ohne Netzteil. Richtig, das ist immer moderner. Also viel wird über 5 Volt über eben USB betrieben. Da brauche ich so ein Netzteil. Und viele Geräte haben eben nur noch das Kabel drin. Das sind Feuerzeuge, das sind Rasierer, das sind so viele Geräte mittlerweile. Und so ein Netzteil, denkt man immer, hat man noch zu Hause. Wenn man dann eins braucht, findet man keins. Das ist eins. 2,1 Ampere, 10 Watt Leistung. Euro-Stecker, also überall einstecken. Und dann habe ich eben meinen Netzteil, um den USB-A-Stecker hier reinzustellen. Egal von welchem Gerät. Und sowas sollte man immer zusätzlich noch zu Hause haben. Weil so ein USB-C-Stecker oder USB-A, Entschuldigung, Netzteil für einen USB-A-Stecker kann man immer gebrauchen. Wir haben es in zwei Farben hier. Einmal das weiße und einmal auch das schwarze Netzteil. Dann lassen Sie uns doch die Bestellnummer für das weiße mal kurz nennen. Das ist die BX2421569 für 4,70 Euro. In diesen schönen, ich nenne es mal Apfelweiß. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Das ist natürlich die schöne helle Variante. Wir haben aber gleich binnen weniger Sekunden auch das schwarze Modell für Sie. Da dürfen Sie auch gern zugreifen für 5,65 Euro mit der SD2201569. Ja, und Batterien und Netzteile braucht man immer. Sorgen Sie. Also ich würde Ihnen einfach alle vier Artikel hier zum TV-Sonderpreis empfehlen. Und dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. Obwohl, hier reicht unter Umständen auch eins. Was? Dann entscheidet man, ob weiß oder schwarz. Aber mit zweien ist man auf der sicheren Seite. Weil Sie wissen, alles, was man denkt, man hat, sucht man irgendwann. Hier hört die Sucherei, hat ein Ende.